Wie gefällt Ihnen bisher die heutige Veranstaltung hier in der Capital Yard Golf Lounge in Berlin? Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Also ich habe mich auch sehr gefreut darauf, hier heute in Berlin zu sein. Und es ist natürlich klasse, nach Berlin zu fahren und dann auch hier auf so einen Award und nur noch zwei Preise zu bekommen. Das ist einfach spitze. Wie wichtig sind Ihnen denn die Meinungen und Erfahrungswerte Ihrer Kunden auf BankingCheck? Meinungswerte und Erfahrungen unserer Kunden und Bewertungen sind extrem wichtig. Wir nehmen das auch in unsere tägliche Arbeit mit über. Wir wollen einfach wissen, wie die Kunden uns bewerten, weil wir auch konstant an unseren Leistungen arbeiten. Und natürlich auch wir alle versuchen eigentlich für unsere Kunden ein möglichst optimales Angebot und auch eine möglichst optimale Beratungsleistung abzugeben. Welchen Nutzen haben Sie aus den bisherigen Bewertungen gezogen oder werden Sie jetzt ziehen? Der Nutzen eigentlich für uns ist intern wirklich, dass wir das, was wir hier hören, auch wiederum als Ansporn sehen und uns weiterhin zu bemühen und den Kunden auch ein optimales Beratungsergebnis zu liefern, optimale Produkte. Und das eigentlich wirklich, also wir lassen das in die tägliche Arbeit einfließen. Vielen Dank. herberatungsgeist Vielen Dank.